Das Team ist auf dem Weg. Wir begleiten den Rover zurück. Das ist aber irritierend. Ich habe den Musikplayer entdeckt. Der irritiert mich jetzt gar sehr. Das Team ist auf dem Weg. 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 und dann bei der Aufbe resumes работает. Das Team ist auf dem Weg. Ganz gut funktioniert. Weil das Team ein Tunnel zu kommen ist die erste Maybecel, zwischen den Anomalien auch zu beenden. Durch die erste Kil zone Anomalie ungeeignet, Standard-Scan wird fortgesetzt. Er hat gehört, dass Schrodingen gut sein soll. Ich denke, das ist es. Dieser Riss sollte der richtige sein. Einer hat schon die Schnauze voll. Der Roper hat den Rest durchklärt. Empfangen Sie noch das Signal? Scan-0. Die Datenverbindung steht. Wir sind auf Empfang. Danke für die Hilfe. Signal ausidentifiziert. Ich finde schon ein Eckchen. Oh mein Gott. Halt die Fresse. So möchte gern Hip-Hopper. Ich finde schon ein Eckchen. Guck mal an. Ich sehe, wir füllen ihn ab. Na komm Kugel. Nein, 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 nein. Willkommen auf unsere Party, Bruder. Na ja. Gibt Schlimmere. Warte mal her. Nix. Jugga und der Headshot. So, zweiter Versuch. Ach, ihr dämlichen Scheißblagen. Tut mir leid, aber ist nun mal einfach so. Ist einfach so. Deswegen, wie letztens erwähnt, diese Frage, welche High-Round ich geschafft habe. Das ist so bescheuert. Mittlerweile bin ich ja dann echt irritiert. Das sind jetzt wieder die Kack-Noobs von den Kack-Noobs. Das Einzige, was die können, ist Skins im Shop kaufen. Aber, normalerweise bin ich jetzt ja gewohnt, dass mir hier keiner in die Quere kommt, wenn ich hier meine Sprünge mache. Ach, ich habe es jetzt schon erlebt. Abgelehnt. Nix-The-Gamer. Ach, Mann, ey. Kack-Blagen. Kack-Blagen. Kack-Blagen.